moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 ja ich will jetzt in dieser folge das ist der falsche weg den ich gehe den hammer jetzt nur suchen von holtop oder wie er jetzt nur hieß der hat auf dem weg des flusses entlang die säge ja an einem waran mit verstopfung geworfen und noch einen locker der ihn die probleme hat sagen wir so der müsse dann auch da irgendwo unterwegs sein ich gehe mal von aus dass das hier ist ach wie cool kann ich hier sollte raus springen ist das an an diesen ruin da haben wir eine pflanze die wir mitnehmen wollen was ist denn das für eine steinwurzel soweit haben wir da blutsch so heil pflanze ich höre hier was knabbern da oben wahrscheinlich in der höhle wieso kriegen die mich nicht mit die goblins ich stand direkt vor dem äh der nächste bitte Bin ich außerhalb dessen Abrozone? Hä? So, da kommt der nächste So, wieder alles mitnehmen Hier auch wieder alles mitnehmen Und jetzt noch mal Die gebackene Fleischwanze essen Und ist jetzt nur noch der hier übrig So, das war's Ach, Gold Und sein Knüppel Eisenheim So, Sonnenkraut nehmen wir auch mal mit So, ich speichere noch einmal Irgendwo müssen wir ja doch die Lurker finden Aber keine Lurker Ich würde hier rumliegen Noch eine Heilpflanze Und noch eine Waldbärde Ah, da vorne müssen gleich die Schrate kommen, glaube ich, oder? Nee, Wölfe Ich glaube, die Seite ist falsch Müssen wir auf der anderen Seite suchen Ich weiß jetzt nicht, wo der gewesen ist Der sagt auf jeden Fall Bei einem Waran Und bei einem, äh, Lurker Die Warane waren hier auf der Seite Wo waren dann die Lurker? Die sind weiter da hinten Nee, da waren die Krokodile Oder warte mal Da vorne Hier waren Lurker Irgendwo hier waren sie So, da nehmen wir auch alles mit Natürlich So, da müssen wir auch mitnehmen Da ist ein Lurker Einmal kurz speichern So Der nächste bitte Beziehungsweise einmal kurz Okay Okay, jetzt muss ich aber einen Halt dran nehmen So, Steinwurzel Bisschen wie wird Dann ja noch mehr Lurker Können die nicht bluten Die beiden könnte ja auch nicht bluten, ne? Gibt's hier noch mehr Von denen Hängt das mit den Lurkern Zusammen, die hier sind? Da ist ja auch nur wieder welche Da oben sind Wölfe So, Diedrich verbraucht Nehmen wir trotzdem alles mit So Und nochmal speichern Und nochmal speichern Bevor wir Den Lurker da hinten Angreifen Beziehungsweise eher uns Ich sehe jetzt hier nirgendwo einen Hammer Aber es muss doch hier nirgendwo sein, oder? Äh, die Ripper Lassen wir in Ruhe Die Nashörner lassen wir auf dem Ruhe Hä, wo muss ich suchen für den Hammer? Wo könnten noch Lurker sein? Warte, war da was? Hier war sonst nix Okay So, Steinwurzel nehmen wir auch wieder mit Ich würde gerne wissen, wo ich suchen muss Warte, wenn ich mich hier hinsetze Lädt sich meine Gesundheit auf? Ja Okay Es lädt sich auf, aber sehr langsam Ich habe jetzt aber nicht vor Die ganze Zeit hier zu sitzen Und zu warten Wo muss ich noch suchen? Ich gucke mal Ich gucke mal, ob ich hier einfach pennen kann So, warte mal Wir haben da was gefunden Ich wollte hier pennen Ich wollte nur pennen Ich hoffe, das wird reichen Dann scheißen wir auf den Hammer erstmal Für den Anfang Irgendwann werden wir den so oder so finden Aber wenigstens haben wir dann die Hellebarde Hier ist eine Hellebarde Ich habe sie bei den Fischern Hier ist eine Hellebarde Ich habe sie bei den Fischern gefunden Äh, du hast die Hellebarde selbst bei den Fischern versteckt Du bist ein faules Schwein und drückt sich vor der Arbeit Ich soll dir wohl die Fresse polieren Tja, dann muss ich wohl Meldung machen Ach, na gut Sag, was du verlangst Äh, gib mir Gold Silden braucht mehr Wachen Gib mir Gold Gib mir Gold Silden braucht mehr Wachen innerhalb der Stadt Silden braucht mehr Wachen innerhalb der Stadt Ich werde gehen Aber den Pock sollte davon wissen So, haben wir jetzt genug? Mein Ruf ist auf jeden Fall Jetzt über, äh, über 75 So, den Pock Halt, keinen Schritt weiter Ähm Irmark hält jetzt Wache in der Stadt Oh, nice Äh, lässt du mich jetzt zu eurem Anführer? Lässt du mich zu eurem Anführer? Du bist für uns kein Unbekannter mehr Du darfst passieren Nice So, ruf bei den Orks Plus 1, 6 insgesamt Jetzt Erfahrung plus 2000 Wie viel haben wir jetzt? Zwölften Lernpunkte So, Frelok Äh, Kadok Ähm, lassen wir mal Äh, Krieger 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 Da ist eine Bedia-Statue Mit Ein paar Toten Die da hängen Und die tun mir eigentlich echt leid Dass die so Zum Sterben aufgehangen wurden Würde ich nicht Also ich würde so Nicht sterben wollen Darf ich hier rein? Ich hoffe mir Dass ich hier immer Irgendwie ein Pult Oder sowas finde Hier Ein Buchständer Aber einige unter den Nomaden Wurden Innos nicht folgen Und das Volk der Nomaden Wart gespalten Und die Innos folgten Errichteten große Tempel Und wurden das Volk von Varand Und das Zepter War ihr Zeichen der Herrschaft Okay, altes Wissen Haben wir schon mal Wiedererhört Umbrack Da haben wir ihn So, Elite-Krieger Elite-Krieger Äh, Umbrack So Du bist also der Kerl Von dem hier alle reden Du bist der große Kriegsherr Von dem hier alle reden Was will ein Bicht wie du Von einem Anführer der Ork-Armeen Rede Äh, willkommen Um die, äh Großer Kriegsherr zu dienen Die Orks, ihr seid hier Auf der Minderheit Fürchtest du keinen Aufstand? Äh, wie laufen die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Wer bist du? Dass ich dich Über meine Angelegenheiten unterrichte Äh Die Orks, ihr seid hier In der Minderheit Fürchtest du keinen Aufstand? Ihr Orks, ihr seid hier In der Minderheit Fürchtest du keinen Aufstand? Nein Dazu haben die Morras Viel zu viel Angst Vor der Folter Im letzten Krieg Hatte ich Gelegenheit Meine Methoden zu verfeinern Ich kann dir gerne zeigen Was ich meine Ich habe schon verstanden So, ich bin gekommen Um dir Warte Speicher einmal Bevor ich das mache Mal gucken Was ich da für Quest kriege Ich bin gekommen Ich bin gekommen Um dir Großer Kriegsherr zu dienen Ist das so? Dann beantworte mir Nur eine Frage Wann wird dein Volk Endlich einsehen Dass es besiegt ist Und den Widerstand aufgeben? Äh, wir werden euch bekämmt Bis, äh Was kann ich tun Um sie zur Vernunft zu bringen? Bis unser letzter Mann gefallen ist Was kann ich tun Was kann ich tun Um sie zur Vernunft zu bringen? Ich wüsste da etwas Das wäre genau das Richtige Für jemanden Deines Schlages Vor dem Pass nach Nordmar Gibt es ein Rebellenlager Ich will den Kopf ihres Anführers Moment mal Ruf bei den Rebellen Schon mal 28 Ähm So, äh Töte den Stadtschermann Kumpel Töte die entlaufenden Sklaven Das lassen wir mal Aber ich berichte mal Enoch Was hier los ist Was hier Phase ist Ich hab damit kein Problem So, Enoch Ich kenne, äh Umbraks Geheimnis Ich kenne Umbraks Geheimnis Und? Was ist es? Ein mächtiges magisches Artefakt? Im Krieg war Umbraks Ein besonders brutaler Felder Alle meiden seinen Zorn Um nicht so wie seine Kriegsopfer zu enden Aha Darum folgen sie ihm immer noch Umbraks muss sterben Sonst werden wir niemals frei sein Was ist mit dir? Traust du dir zu? Umbraks zu töten Er ist ein Ork Kein Halbgott Gut Dann werden wir dir folgen Fremder Wenn du das Zeichen gibst Okay Wir freien Silden von den Orks Dann haben wir Silden Auch erst einmal So war glaube ich durch, oder? Außer hier mit Äh Hadlots verschlammte Werkzeuge Die entlaufenden Sklaven will ich nicht töten Wir wissen zwar, wo die sind So, Okara braucht mehr Männer Ähm Ein neuer Mann für Nimora Handy der Bauernräuber Ich würde mal Richtung Norden gehen Vielleicht nach Nordmark Denn Obwohl Hier Geldern Haben wir auch noch Einiges Aber Wir kommen hier Nicht wirklich weiter Obwohl Komm Wir gehen nochmal nach Geldern Vielleicht kommen wir doch noch irgendwie weiter Vielleicht muss ich mich nur schlauer anstellen So Der Weg war jetzt unnötig So Wo ging es nochmal nach Geldern? Ich glaube Geldern war hier Hier entlang Und dann rechts abbiegen Gleich irgendwo dort So Was fehlt uns eigentlich noch hier? Also Das haben wir schon mal Der Held kann doppelt so lange sprinten Die Resistenzen Die will ich noch haben Alle Nur Wo lerne ich sie hier? Und ab Noch was Wir haben ja Neue Pflanzen Irgendwo eingesammelt Hier Maximale Lebensenergie So Ausdauer plus 8 Maximale Mana Eigentlich Mana Nutzen wir gar nicht Aber trotzdem Ist schon mal gut Dass wir die Dass wir die hier Aufstocken So Heilpflanzen nehmen wir mit So Die Mine will ich in Ruhe lassen Ich glaube Ich glaube Das wird da zu gefährlich Da sind sehr wahrscheinlich Hier Minecrawler drin Die schaffe ich nicht Aktuell Ich will hier nochmal Die ganzen Häuser Absuchen Vielleicht finde ich noch Irgendjemanden Das will ich noch Ich will da ja noch mal was passiert wenn ich meinen dienst anbiete ich will mich in den dienst der schamanen stellen du bist ein kräftiger bursche in den umliegenden minen kannst du deine manneskraft unter beweis stellen aber vielleicht bist du ja gut im kampf dann wirst du besser bei den sollten an oder bei den gladiatoren aufgehoben die schamanen empfangen männer die einen guten namen in der stadt haben was die belange der schamanen was sind die belange der schamanen wir schürfen gold schwefel artefakte und andere wertvolle bodenschätze für sie wora die mine müssen ertragreich sein das ist meine aufgabe okay dass wir mich zu erinnern wir wissen nicht ob wir dir vertrauen ich bin mir sicher du hast noch zu tun die mieter und den bach gibt's nix agina nicht nicht unser richter hier gibt es aber schwebel hieß es gibt sie jemanden namen irgendjemanden der mir schwebel geben kann kümmere dich besser um deinen kram also kann mich hier keiner schwebel geben was auch hier haben wir die dunkle höhle wo ich an das schwert nicht dran kommen warum auch immer ich nicht daran kommen kann ich nicht nehmen so was mit dem weg hier kriegen wir nichts so dann brauchen wir die fackel auch nicht mehr wer braucht hier wer oder wer hat hier vielleicht schwebel zeigt mir deine wahre hat er schwebel die fackel hatte hier schädel schild der leute blau die dafür haben was holz namen das war schon ganz schön viele klingen bolzen so den darf er auch haben darf man das verein haben wir haben schon wieder 30.000 einen moment ich muss noch kurz gucken auch hier schädel schild macht dasselbe also wir haben dasselbe und sonst hätte ich dann von ihm abgekauft gut dass ich vorher noch mal geguckt habe besonders eifrig das ist mit denen hier geht es ja auch noch was gibt es denn hier was ist los das ist einfach nur ein orksöl okay als wenn das so einfach wäre mir zur den will ich jetzt normaler holzschild okay hier ist niemand ich suche irgendjemanden den wir noch nicht getroffen sind oder haben waren wir hier schon drinnen probleme erledigen sich von selbst wenn ich kenne ich dich ich wüsste nicht woher ich bin ein alter mann und kann mir nicht mehr jedes gesicht merken weißt du verstehe und wer bist du wer bist du tja lass mich mal kurz überlegen ich glaube rennwick war es nicht wahr ja rennwick ist mein name und was machst du was machst du hier wie bitte was du hier machst ich hätte ich hab's vergessen okay sag mal willst du mich verarschen sag mal willst du mich verarschen ja das bin ich zu du bist das jetzt weiß ich es wieder ja so kannst du mir tränke verkaufen kann ich dir helfen alter mann kann ich dir helfen alter mann gewiss was wollte ich denn gerade machen ein trank richtig es war sogar ein recht mächtiger mir fehlt nur noch ein büschel kronenstöcke der ist recht selten ja das ist er und bringen mir ja dann können wir weiter über du meinst du kannst mir anschließend alchemie beibringen das kann ich natürlich auch ich glaube der bringt mir nix aber ich habe einen kronenstöcke du bist der alchemist rennwick und ich bin der kerl der der kronenstöcke besorgen darf richtig genau so war es so wo finde ich kronenstöcke finde ich kronenstöcke das will ein mann wie du mit einer solch selten ich dachte darüber nach sie dir zu bringen ja das wäre ganz reizend ich meine bei der verlassenen miene im süden welchen gesehen zu haben sicher bin ich mir allerdings nicht so ist das okay erzähl mir über die verlassenen miene erzählen mir mehr über die verlassenen miene welche miene vergisst es hier ich habe einen kronenstöcke kronenstöcke wirklich das ist sehr großartig da kann ich mich ja gleich wieder meinen du kannst dich wieder deinen tränken widmen richtig genau so war es nimm dies als dank mein sohn so dreimal halteren genutzt er kann mich lasse hier fehlt es an der nötigen erfahrung wir fehlen 10.000 erfahrungspunkte die jetzt her ich speichere die rennweg den müssen wir uns merken hier können wir uns vor krankheiten schützen samuel der orks hat man möchte jetzt nicht sein aber ich will ich das auch erst mal irgendwie ich muss hier vorankommen so apropos wir haben hier findet den helm des ersten paladins was weiß ich über attrakte in der festung auf der südseite der stadt ist ein lager in dem wertvolle stücker bewahrt werden es heißt dass dort der helm des allerersten paladins lag den hätte ich gern damit könnte man ein riesengeschäft machen was gibt es in geldern zu holen war lange nicht mehr dort dort liegen aber bestimmt noch ein paar hübsche artefälle warte mal äh in der festung auf der südseite ok da in der festung auf der südseite das ist die festung fragt man nach mach ihr keinen ärger klar halt keinen schritt weiter lass mich vorbei wir wissen nicht ob wir dir vertrauen können ja ok das wird nicht funsten so goldteller für laris ähm ich habe einen job von einem reichen assassinhändler angenommen er sagt dass die schamanen im tempel sechs sehr wertvolle goldteller aufgestellt haben im tempel wo finde ich den tempel äh ich komme in den verdammten tempel nicht rein aber ich weiß dass du irgendwie alles bereitstehen lass mich raten das ist der tempel oder oder ist das der tempel das sieht aus wie der tempel okay das ist der tempel aber ihr könnt in der stadt so grimbol also grimbol alter optimisten ring viel gold so feiltränke machen wir nochmal drei und man da irgendwie nach oben du musst weiter speichern mal gleich muss ich hier rein lasse mich in ruhe ich kann die tür nicht abschließen so kann ich die tür nicht zu machen ich möchte die tür zu machen so kann ich nicht zu machen aber helden des ersten paladins münze ich nehme einfach mal alles mit so hier auch nochmal holzverlabs holzschild holzverlabs war ich nicht so einen moment schutzbeiner wie sieht der aus ich würde mich gerne einmal selber sehen von nein komm warte mal einfach irgendwo hinsetzen stimmt finden wir irgendwo eine bank und dann wahrscheinlich oben sind die teller ich gehe mal von aus dass das oben ist hier irgendwo und dann nur helle baden wo soll ich die denn finden in der tür vielleicht ich klaue hier jetzt mal nichts aber irgendwo muss ich das doch finden oder warte mal warte mal kann ich das hier aufmachen da ist ein pult das kenne ich schon schwere truhe so hier sind nun münzen ein breitschwert ich habe nichts geklaut ja ich habe nur bin nur reingegangen das ist die nordseite glaube ich muss auf der südseite gucken da drin vielleicht ne ich habe null plan also ich habe wirklich gar keinen plan wo ich suchen soll also ich bin wieder hier gelandet was wenn ich in den anderen kummer gucke lasse ich mal in ruhe die hatten wir ja geguckt gehabt hier sind die triche vielleicht doch da oben irgendwie da drin ich habe mitgekriegt dass der helm des paladins verschwunden ist was du nicht alles mitkriegst ich würde demjenigen der ihn gestohlen hat 2000 goldmünzen dafür zahlen ich verkaufe dir den helm des ersten paladins hier ich verkaufe dir den helm des ersten paladins wahnsinn ich gebe dir 2000 goldmünzen dafür jo dankeschön jetzt ja und zeig mir deine ware so dann verkaufe ich mal die sachen so habe ich sonst noch was was ich nicht brauche hier könnten wir noch gebrauchen so die holzschilder darf er haben benötigste stärke klingenschaden 75 dann lassen wir den der kann weg so bad axt holzfäller axt ach komm scheiße oder na komm egal scheiß drauf verkauft wird auch goldausgleich kriegen wir nochmal 3000 so 36.000 ich glaube wir kriegen auch äh dingens die dingens zusammen hier die 50.000 dann ziehen wir den hier wieder an so wie sieht es mit meinem ruf hier aus in geldern mit der 3 an die klinischen die 7 gesinger speichert das hier jetzt noch mal wo waren die denn wir hatten ein paar gesehen gab oben war definitiv einer irgendwo oder nicht die lagen auf jeden fall irgendwo rum ich meine ein paar gesehen zu haben habe ich dich hier wir haben sieben wappen wieder mal fünf feuerkirche und er hat vielleicht ein da liegt fisch Warte mal, der doch bestimmt einen hier irgendwo, oder? Oder der Schmied? Der hat hier eine Pfeife. Wo waren die? Hier war eins, definitiv. So. Alter Alchemistenrena. Ich guck mal, ob er das mitnehmen darf, ohne Ärger zu kriegen. Ja. Okay. Was ist das? Fleischwanz und Rappen. Scavenger. Ah, okay. Gibt ihr noch einen? Einen haben wir schon mal. Wo werden die verstaut? Nicht hier. Alter Alchemistenring. Adanusring. Das sagt mir jetzt nicht, dass wir die verkauft hatten, oder? Marius? Hat er hier auch einen? Ja. Ja. Der hat hier auch einen. Ich denk darüber nach. Was ist denn hier oben? Gibt's hier auch einen? Ja. Jetzt haben wir schon drei von den sieben. Wo könnte der Rest sein? Jetzt ist auch die Frage, kriegen wir für alle? jeweils eine, äh, 3000? Oder, also für jeden einzelnen? Hier ist auch noch einer. Dreckiger Die, dir werde ich helfen! Äh. Bleib spät! Was? Jetzt ist... Ich will jetzt, äh, die sind jetzt alle böse, die sind jetzt alle orange. Hatte ich hier auch einen? Ich hoffe, ich bin jetzt weit genug weg. Der geht wieder nach oben. Hatte ich hier auch einen? Ja. Rennweg. Muss ich vielleicht das nachts machen? Du wartest es, Milch zu bestellen! Boah! Alter, was? Da! Hey! Was machst du da? Ich wollte aufs Bett und nicht, nicht klauen. Bleib stehen, Hörer! Ich wollte nur, ich wollte ins Bett. Kann ich das wieder zurückgeben? Hier ist eine verlassenen Hütte. Alter! Das war jetzt doof gelaufen. Ich leg mich mal hier hin. Und schlafe, äh, bis Mitternacht. Vielleicht kann ich das bei denen irgendwie wieder gut machen. Du schleißt herum wie ein Dieb! Ich habe einen Wein geklaut oder die? Klar, das ist immer noch verwendet. Halt an! Du wirst hier als Dieb gesucht. Äh, raus, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. Jo, alles klar. Wie viel haben wir jetzt? Fünf. Zwei fehlen noch. Also, es ist mal ein, der die die eine anpassen ist. Es ist alles geschafft. Von den sieben. Ich speichere vielleicht noch mal. Dann gucke ich hier noch mal. Vielleicht ist da auch noch einer. Was ist los, Mora? Was ist los, Mora? Haben wir schon in jeder Hütte? Ich glaube, da könnte auch nur einer drin sein. Und da kommen wir nicht dran. Und hier könnte auch noch einer sein. Ja, hier ist einer. Einer fehlt noch. Bei dem waren wir vorhin. Wo könnte der letzte sein? Bei ihm vielleicht? Nee, hier nicht. Warum wächst? Hier oben? Waren wir vielleicht hier schon? Mann, was willst du? Nichts, nichts. Ihr könnt weiter schlafen. Hier waren wir aber schon. Marius, bei dem waren wir auch schon, ne? Hier hatten wir auch. Verdammt, Mora. Was ist los? Nichts, nichts, nichts. Ich finde das lustig. Einzige, wo es noch sein könnte. Wäre tatsächlich da. Verdammt. Was ist los? Wäre da. Ich müsste hier aber jetzt erstmal mal einen Ruf wieder auf Vordermann kriegen bei denen. Oh, was ist denn das da? Ein goldes Schild? Ein Holzschild, wow. Good luck. Wo müsste ich sonst noch suchen? Ähm. Einzige Idee, die ich habe, ist... Warum wächst du mich? Einzige Idee, die ich jetzt noch habe, ist, dass es dort drin ist. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ich wieder mit dabei war. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020